Jetzt sind wir in diesem Raum. Gehen Sie mal zwei Schritte zurück. Jetzt probiere ich es nochmal. Das ist etwas, das ich nur skriptieren kann. Denn viele von diesen Sachen, die ich jetzt sage, sind eigentlich wie Skriptzen. Und wo sie dann wie eine Partitut zusammenspielen. Jetzt gehört es. Genau. Wenn ich das so mache, hören Sie das hohe Sinne. Dann kommt ich Ihnen noch nicht so gut. Genau. Es gibt ein Flattrecher zwischen den beiden Gläsern. Jetzt auch wieder etwas, was ich vorhin schon gesagt habe, den Klamm beziehungsweise zu den Materialien, die gerade drüben sind. Die Decke, den Boden. Die probiert. Die beiden kleinen Absätze. Die wunderbare Decke drüben. Erst dann ist der Klamm eigentlich ein Klamm. Wenn ich den aufnehme und das drüben drüben kann, dann ist es isoliert. Dann ist es wie ein Schmetterling, das Sie zwar mitnehmen, aber die Töne drüben. So eine Nadel steckt und dann bewundern. Das sind eigentlich auch einige Töne. Und ich möchte Ihnen eigentlich den Wutlacht tönen in der Natur. Und auch so. Das ist ein Gefühl, ich habe es zu hören. Jetzt hören Sie mal umher. Hören Sie den Wind von der Brücke? Dann sind Sie gut, wenn Sie jetzt den Wind hören können. Das kann man. Jetzt ist es gerade in der Oberseel wieder raus. Und dann wird es so weit. So weit in der Mitte oben. Ich denke, es geht ganz schön. Das klappt. Jetzt kommen wir aber in die Richtung. Wir hören es nachher nach oben. Jetzt gehen Sie zum Tor aus und kommen gerade in eine neue Ruhe. Jetzt gerade das hier. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter. Schlafen auf dem Maul ohne Zähne, oder? Und vis-à-vis wieder eine Scheibe. Die vier sind immer zusammen. Jetzt sind wir hier in einem profanen Raum. Bis Sie haben das 15, 16 Jahre einfach verkuert. Die Wände. Die haben nur noch ganz klein. Es sind kein Dach. Und das ist so ein Raum, wo Sie normalerweise gar nicht hören. Jetzt haben wir das Tram noch so angelegt. Warten wir das schnell? Ja. Das seufzt wird dann so schön mit dem Stab ein. Nein, das nicht. So wie im Pati-Film, oder? Also die alten Tram, ich liebe die, die in der Stadt wachsen. Das tue ich auch, denn ihr seht die nur noch im Museum. Die, die öppens so mal noch so schön sie ist. Jetzt kommt es schon gerade noch ein. Also die beiden, auf die Zähne sind die beiden Tram, die ab und zu den Raum einschliessen. Das ist wirklich ein ganz interessanter Raum, wo das auch ein Spiel von sich geht. Im Film, das Klangstück, das wirklich das Herz von Basel ausmacht. Also mich, ich denke schon ein Wunder, wenn ich die Fahnen höre jetzt. Eben jetzt da, die Betonmauer und die Glattimauer, die machen das unheimlich viel Glätter. viel trockener als vorher. Nicht nur wegen dem Hals, sondern eben wegen Material. Also alle, die gestalterisch zu tun haben, es ist nicht nur die Oberfläche, sondern die Form des Materials, sondern die Substanz. Sie gehören 20, 30 cm ins Material hinein. jedes Ohr ist geschafft. Sie können das S von mir unterscheiden. Und sie können in meinem S-Sinnen, auch mich, erkennen, weil ihr S ist anders. Und wenn man die Leute auf der Turmbahn rufen kann, aber ich weiss genau, wer kann das. Also es heisst, ja, jetzt geht's. Auf das habe ich ja gewartet. Und jetzt gehören Sie die Polizei. Hallo! Hau! 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 Hau!